Hey, in diesem Tutorial erkläre ich dir, wie du auf Mac oder Windows einen Minecraft-Server erstellen kannst, auf dem du nachher Mods installieren kannst. Ja, dafür erstellen wir einen neuen Server, du kannst aber alle deine bisherigen Einstellungen oder Welten und so weiter von einem bisherigen Server, falls du einen hast, dann nachher auf diesen Server auch übertragen. So, aber du kannst auch einen völlig neuen erstellen, auch wenn du vorher noch keine Ahnung von Server hattest. Um jetzt einen modfähigen Server zu erstellen, gibt es drei verschiedene Arten. Das eine wäre ein ganz normaler Forge-Server, das zweite wäre ein Cooltron-Server und das dritte wäre ein Sponge-Server. Alle drei Arten haben gemeinsam, dass du nachher auf dem Server Forge-Mods per Drag & Drop installieren kannst, so wie du das bei dir im Client in den Mods-Ordner machst. Das Ganze funktioniert dann genauso auf dem Server. Der Unterschied ist jetzt allerdings, ob man Plugins installieren kann oder nicht. Plugins, das sind diese Zusatzprogramme, kennst du ja, dass man Regionen definieren kann auf einem Server, dass man noch Minigames einfügen kann und so weiter, der ganze Kram. Sozusagen einen professionellen Server erstellen kann. Bei einem Forge-Server kann man das nicht. Da kannst du dann nachher deine Mods installieren, aber keine Plugins installieren. Bei einem Cooltron-Server, der läuft auf Bucket und ist sozusagen Bucket und Forge zusammen. Das heißt, dort kannst du Plugins installieren. Das Problem an Cooltron ist, dass es seit der 1.7.10 eigentlich nicht mehr weitergeführt wird und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht mehr gemacht wird. Dafür gibt es jetzt Sponge. Auf Sponge soll man auch wieder Plugins installieren können, auch wenn es nicht auf Bucket oder Spigot basiert. Das heißt, wenn Sponge fertig ist, dann kannst du da auch Mods von Forge und Plugins installieren. Allerdings sind das nicht die gleichen Plugins wie bei Bucket oder Spigot. Wie das dann genau ablaufen wird, werde ich noch ein Video machen. Das werde ich dann auch hier verlinken oder auch in der Videobeschreibung. Gerade im Moment, wo ich das aufnehme, ist es aber noch nicht möglich, auf Sponge Plugins zu installieren. Das heißt, in diesem Moment, wo ich hier das Video mache, hat nur Cooltron die Funktion, Plugins zu installieren. Wie gesagt, das wird sich in Zukunft bei Sponge ändern. Da kommt eine Anmerkung hier in dieses Video rein. So, jetzt aber zur Installation. Die ist eigentlich überall ziemlich ähnlich. Ein Sponge-Server ist eigentlich ein Forge-Server. Das heißt, wenn du Sponge haben willst, installierst du dir einfach den Forge-Server, wie ich es hier erkläre, und musst nachher noch einen kleinen Zusatz machen, den ich dann anschließend im Extrateil noch erklären werde. Für einen Cooltron-Server, auch das erkläre ich in diesem Video, geht ein bisschen anders, aber auch kein Problem. Und wie gesagt, für Mac und Windows gleichzeitig. Also, erstmal, wenn du jetzt ausgewählt hast, was du denn installieren möchtest, welche Art. Wie gesagt, kannst du den Teil von eben auch nochmal anhören. Dann gehst du auf den ersten Link in der Beschreibung und kommst zur Forge-Seite hier. Das brauchst du, wenn du einen Sponge- oder Forge-Server erstellen möchtest. Dann musst du dir hier einmal das Ganze runterladen, und zwar hier die Version auswählen, für den du den Server erstellen willst. Wenn du 1.7-Mods natürlich drauflaufen lassen willst, lässt du dir Forge für 1.7 runter. Ich möchte aber zum Beispiel jetzt einen 1.8-Server erstellen, also lade ich mir Forge runter und immer die Recommended-Version am besten. Und bei Windows den Installer Win, bei Mac den normalen Installer, diesen hier. Einfach dort draufklicken, dann kommst du beides zur gleichen Seite, wo du das runterlädst. Nämlich hier musst du jetzt 5 Sekunden warten und dann hier oben rechts auf Werbung überspringen klicken. Wie gesagt, wie immer, nicht von der Werbung in der Mitte berieseln lassen. Das hier oben ist der einzig wahre Link. So, und dann, wenn du dich fragst, ja, du möchtest die Datei sichern. Falls du einen Cool-Drawn-Server erstellen möchtest, ist der zweite Link in der Beschreibung gut. Gut, dort siehst du hier die Downloads. Wie gesagt, die können sich vielleicht auch nochmal ändern. Auf jeden Fall werde ich da was verlinken, wo du Cool-Drawn downloaden kannst. Und dort brauchst du einmal den Installer für die Version, die du haben willst. Ich mache es jetzt einfach mal für die neueste, 1.7.10. Ja, du möchtest die Datei speichern. Und hier hinten Cool-Drawn-Bucket, das hier brauchst du. Die Cool-Drawn-Server brauchst du nicht, die Datei, aber den ersten und letzten Installer und Cool-Drawn-Bucket. So, jetzt habe ich hier einmal, genau, das brauchen natürlich nicht die Leute machen, die einen Forge- oder Sponge-Server installieren wollen. So, jetzt ziehe ich mir mal alles auf den Desktop. Ich werde das in diesem Video jetzt vor allen Dingen für den Forge- und Sponge-Server vormachen. Das mit dem Cool-Drawn ist aber genau gleich. Und zwar, wenn du jetzt einen Sponge- oder Forge-Server installieren möchtest, startest du deine runtergeladene Forge-Datei. Wie gesagt, auf Windows mit einem Doppelklick drauf ist eine Excel-Datei. Auf Mac, sieh zu, rechtsklick, öffnen mit, dass du dann dort Java ausgewählt hast, beziehungsweise Java Runtime Environment. Bei dem Cool-Drawn-Server ist es auch gleich. Du hast hier den Installer, das ist eine Java-Datei und den musst du rechtsklick drauf machen, öffnen mit und dann sehen, dass Java ausgewählt ist, dass du das mit Java öffnest. Wie gesagt, auf Mac und Windows gleich. Dann kommt ein Fenster, was eigentlich bei beiden gleich aussieht. Falls sich dein Virenprogramm übrigens fragt, ey, willst du das wirklich öffnen? Ja, willst du. Wenn du nicht auf die Werbung geklickt hast, gibt es da auch kein Problem mit, weil du hast ja direkt von der offiziellen Seite runtergeladen. Und dann öffnet sich bei Cool-Drawn und der Forge-Installation beide dieses Fenster, was ziemlich ähnlich aussieht. Das ist der einzige Unterschied, bei Cool-Drawn hast du nicht Install-Client, sondern nur Install-Server und Extract. Du wählst aber sowieso hier, ganz wichtig, Install-Server aus. Bei beiden. Und jetzt musst du auswählen, wo du deinen Server installieren möchtest. Dafür gehst du jetzt an den Ort auf deinem Computer, wo du den Server gerne erstellen möchtest. Ich mache das jetzt beispielhaft auf dem Desktop vor, musst du aber nicht machen. Und dort machst du einen Rechtsklick, erstellst einen neuen Ordner, den ich jetzt nenne, zum Beispiel Forge oder Sponge-Server, Sponge-Server. Wie gesagt, Forge und Sponge ist ja eigentlich sehr nah beieinander, ist fast eigentlich ein Server. Cool-Drawn, dann kannst du ihn natürlich Cool-Drawn-Server nennen. Ist ja egal. So, jetzt musst du den auf jeden Fall auswählen, diesen Pfad, bevor du irgendwas weiteres klickst. Hier, wie gesagt, Install-Server und dann in diesem Installer, dorthin gehen, wo du jetzt diesen Server-Ordner erstellt hast. Name des Ordners ist egal. Hauptsache, du findest ihn wieder. Bei mir war das jetzt auf dem Desktop. Und da habe ich hier Forge-Sponge-Server. Super Sache, das Ganze öffne ich. Jetzt ziehe ich zu, dass dieser Pfad hier ausgewählt ist. Wenn das immer noch rot sein sollte, kein Problem. Hauptsache, du guckst, dass der Pfad stimmt. Und wenn dem so ist, klickst du auf OK. Jetzt lädere alle wichtigen Dateien runter, die du für den Server brauchst. Super Sache, du kannst dich zurücklehnen und kurz abwarten. So, und wenn du jetzt hier so eine Success-Verhältung bekommst, ist alles gut. Falls dir eine Fehlermeldung sein sollte, schau nochmal in die Videobeschreibung unter faq-probleme. Da schreibe ich ein paar Tipps hin. Zum Beispiel könnte es sein, dass dein Viren-Programm irgendwas blockt gegen einen Download und so weiter. Dann musst du da nochmal manuell ran. Success ist aber alles okay. Du klickst auf OK. Und dann gehst du bei deinem Calldron-Server oder diesem Forge-Server, je nachdem, wo du das jetzt gemacht hast, auf diesen Server, wo du es installiert hast. Und dort siehst du jetzt solche Dateien. Eine Server-Datei. Und dann hier bei der Forge, bis bei der Spongebung-Installation, ja diese Forge-Datei. Bei dem Cooltron heißt sie natürlich hier Cooltron. Und, ähm, ja, das ist es eigentlich schon. Jetzt müssen wir den Server mal starten. Falls du schon mal einen Server erstellt hast, wird, was jetzt kommt, dir ziemlich bekannt vorkommen. Und zwar erstellen wir eine Start-Datei, mit der wir den Server immer starten. Das machen wir deshalb und nicht, um über einfach draufklicken, da wir dann nachher mehr Einstellungsmöglichkeiten haben und auch eine Konsole sehen und das Ganze einfach besser ist. Also, wir erstellen jetzt eine Start-Datei auf Mac und Windows. Dafür, wenn du Mac hast, klickst du hier rechts. Wenn du Windows hast, bleibst du dran. Und zwar, du suchst jetzt das Programm Notepad. Einfach in die Suche eingreben. So. Das ist auf jedem Windows vorinstalliert. Klickst es an und dann öffnet sich dieses schöne Fenster hier. Hier musst du jetzt in die Videobeschreibung gehen und dort einen Code rein kopieren. Auf Mac ist es ähnlich. Du suchst in der Suche einfach Textedit und öffnest dieses Textedit-Programm. Auch auf jedem Mac standardmäßig vorinstalliert. So, und in diesem Editor, diesem Texteditor, wo wir jetzt auf Mac und Windows drin sind, da schreiben wir jetzt einen Code rein. Der steht in der Videobeschreibung. Das heißt, unter dem Video die Videobeschreibung öffnen. Und dort habe ich diesen Code hier. Windows-Leute gucken, was unter Windows steht. Mac-Leute gucken, was unter Mac steht. Ja, wenn du auf dem Windows bist, kopierst du diesen Windows-Part hier raus, was hier steht. Einmal kopieren und in deine Textdatei reinkopieren. Wie gesagt, mit STRG-C und dann STRG-V. Auf Mac kopierst du dir diesen Teil in deine Textdatei rein. Nur diesen Teil, nicht, was noch hier unten steht. So, und wenn du das jetzt reinkopiert hast in deine Textdatei, dann müssen wir hier auch noch was verändern. Achtung, auf Windows noch eine Sache mehr. Und zwar steht hier noch, dein Java-Fad aus Minecraft. Das müssen wir jetzt erstmal verändern und füllen. Dafür startest du einmal dein einziges oder dein eigenes Minecraft. Und hier gehst du dann auf Edit Profile. Ganz wichtig hier unten. Und hier guckst du dann, was unter Java-Settings steht. Und hier Executable. Und hier siehst du einen Pfad, der zu deinem Java-Pfad führt. Den markierst du dir und kopierst dir mit STRG-C. Gehst hier rüber und gehst jetzt inzwischen diese Anführungszeichen. Machst den Text, den ich hier geschrieben habe, weg. Und kopierst jetzt mit Command-V oder STRG-V diesen Text hier rein. Und wichtig, jetzt noch dieses W hier wegmachen, sodass am Ende Java-Exe steht. Wenn du das gemacht hast, sehr gut. Jetzt kommt noch eine Sache, die wir auf Mac und Windows machen müssen bei beiden. Und zwar hier hinten das Umbenennen. Dieses Minecraft-Server.jar. Dafür gucken wir jetzt, wie heißt unsere Datei, die wir starten wollen mit dieser Start-Datei. Dafür gehst du in deinen Ordner, wo du den Server halt installiert hast. Und hier hast du jetzt bei der Forge- bzw. Sponge-Installation diese Forge-Datei. Bei der Cooltron-Installation hast du eine Datei, die Cooltron-Server heißt. Und dann ein paar Nummern, Versionsnummern und so weiter. Das ist die Datei, die du damit öffnen willst. Nicht die Minecraft-Server-Datei. Das ist ganz wichtig. Sondern diese andere Datei. Jetzt auch noch eine wichtige Sache. Wenn auf Windows bei dir diese Endung.jar nicht angezeigt wird, lass dir die Dateiendung anzeigen. Falls du es noch nicht eingestellt hast, habe ich hier unten links und in der Videobeschreibung nochmal ein Tutorial verlinkt, wie du dir Dateiendung bei Windows anzeigen lässt. Das ist nämlich wichtig. Und wenn das bei dir alles schon angezeigt wird, bei Mac sowieso, dann klickst du auf diese Datei drauf, damit du sie umbenennen kannst. Und dann benennst du sie nicht um, sondern kopierst dir einfach nur raus, wie sie heißt. Das heißt, einmal markieren, dann Command-C oder Steuerung-C drücken und dann hier rüber gehen und hier dieses Minecraft-Server.jar markieren. Und jetzt Command-V bzw. Steuerung-V drücken, sodass jetzt hier hinter diesem Minus-Jar eine Lücke ist. Dann haben wir jetzt den Namen von dieser Datei, die wir starten wollen. Dann, wie gesagt, hier die Forge-Datei bei Forge- und Sponge-Server, bei Cooltron-Datei die Cooltron-Server-Datei. Punkt.jar am Ende und dann hier hinten, ja, da ist wieder eine Lücke. Wichtig! Wenn du jetzt das nächste Mal deinen Server updatest oder sowas, musst du auch wieder den Installer für die neue Version runterladen, das neu installieren und auch hier wieder den neuen Namen hinschreiben. Denn das hier muss immer genauso heißen wie die Datei, die damit gestartet wird. Das ist ganz wichtig, dass das hier genauso heißt wie diese Datei. So, wenn du dem sicher bist, dann kannst du diese Datei jetzt speichern. Ach ja, auf Mac ist eine Sache noch ganz wichtig und zwar bevor du speicherst, klickst du hier oben auf Format und dann in reinen Text umwandeln. Das ist ganz wichtig, wie gesagt, nur auf Mac und dann OK sagen. Und jetzt kannst du das Ganze ganz normal abspeichern, wie auf Windows auch. Dafür gehst du auf Datei oder File und dann Sichern unter, hier. Und hier navigierst du jetzt zu dem Ort, wo du deinen Server hast. Das wäre jetzt bei mir Desktop und dann hier, wo haben wir es denn? Forge, Spawn Server habe ich den ja genannt. Gehe in diesen Ordner rein und jetzt ganz wichtig, hier unten wählst du nicht Textdatei aus, sondern alle Dateien. Das ist ganz wichtig und als Dateiname wählst du start.bat.bat nur auf Windows. Auf Mac wählst du .command. Hier nochmal eingeblendet. Und wenn du das jetzt richtig benannt hast, dann kannst du speichern klicken und wie gesagt auch am richtigen Dateifad bist. Wenn du alles richtig gemacht hast, kommt jetzt hier diese neue Start.bat-Datei bzw. auf Mac Start.command-Datei. Auf Mac, auf Windows User könnt ihr jetzt hier rechts klicken, das kurz überspringen. Auf Mac gibt es noch eine Sache, die du machen musst und zwar Terminal öffnen, einfach in der Suche suchen. Und dann in diesem Fenster diesen anderen Code, den ich auch nochmal in der Beschreibung habe, eingeben. Und zwar das hier unten. Schmod Lücke A plus X. Und dann ganz wichtig, noch eine Lücke. Und dann ziehst du nicht Enter eingeben, sondern du ziehst einfach die Start.command-Datei genau dort rein, was du jetzt gerade geschrieben hast. Und dann drückst du Enter. Das gibt ihm dieser Datei auch Dateiberechtungen, damit die auch gestartet werden kann und die anderen Sachen ausführen kann. Das ist nochmal wichtig, aber nur auf Mac. Oh, eine ganz wichtige Sache noch für alle, die einen Cauldron-Server installieren. Nur für die. Und zwar haben wir uns zwei Dateien runtergeladen. Den Installer haben wir eben schon angewandt. Diese andere Datei, diese Cauldron- oder Cauldron-Bucket-Datei, die kommt jetzt zum Einsatz. Die musst du, bevor du deinen Server startest, einmal in diesen Ordner reinziehen. Wo auch dein Server drin ist, mit der musst du nichts weitermachen. Die muss nur dort drin liegen. Mehr ist das Ganze nicht. Du startest es genauso, wie auch der Forge-Server und so weiter, die anderen auch. Nur diese Datei muss da drin liegen. Und auch das Mods installieren funktioniert genauso auf dem Forge-Server. Nur, dass sich bei dir dann noch zusätzlich einen Ordner erstellt, der Plugins heißt. Wo du dann halt die Plugins für die Version, auf der dein Cauldron-Server ist, auch nachher installieren kannst. Genauso, wie du das wahrscheinlich schon von einem Bucket- oder Spicker-Server her kennst. So, und auf Mac und Windows können wir jetzt diesen Server starten. Dafür klickst du einfach auf deine Startpunkt-Buck-Datei, beziehungsweise auf Mac, sagst du Rechtsklick und dann siehst du, dass es mit Terminal geöffnet wird. Einfach öffnen. Und dann sollte sich der Server schon starten. Ganz wichtig, der wird sich jetzt nicht durchstarten, denn wir müssen jetzt gleich noch die EULA, die End-User-Lizenz, akzeptieren. So, wie sagst du, du siehst jetzt hier zwei Konsolen-Fenster, das kann doch nur sein, dass du nur eins siehst, das ist nicht schlimm. Du kannst in beiden hier unten Commands eingeben, entweder hier oder hier in diesem Fenster kannst du auch Commands eingeben. So, wir sehen, die EULA-Text-Datei hat sich erstellt und hier steht eine Error-Meldung und es sagt, es kann sich nicht weiter starten. Wir müssen die EULA akzeptieren, agree to the EULA. So, dort, jetzt egal in welchem Fenster, gibst du einmal Stopp ein. So, dann stoppt sich der Server. Nur so kannst du den Server jetzt schließen und auf Kreuzchen. Und jetzt diese EULA-Datei musst du öffnen, Doppelklick oder Rechtsklick, dann bearbeiten klicken, beziehungsweise auch mit Notepad öffnen und so weiter. Und wenn du das geöffnet hast mit einem Texteditor, kannst du hier oder musst du hier bei EULA gleich True hinschreiben. Das heißt, False weg machen und dann True, so wie ich es hier habe, dorthin schreiben. Wenn du das gemacht hast, herzlichen Glückwunsch, Datei einmal schön abspeichern, das Ganze zumachen. Und wenn du jetzt nochmal auf deine Start.butt-Datei klickst und den Server startest, dann starte sich das Ganze jetzt schön und kräftig durch. Da wartest du kurz ab, bis es fertig ist. So, und hier steht jetzt Done. Das heißt, es hat sich erfolgreich gestartet. Am besten ist, du testest das jetzt einmal aus, denn gleich installieren wir noch Mods auf den Server. Allerdings, falls irgendein Mod oder sowas nicht funktioniert, kann ja alles sein, dann crasht dein Server und dann denkst du, hey, alles hat nicht geklappt, obwohl es nur an diesem Mod lag. Deshalb teste jetzt am besten ohne einen Mod schon mal aus, ob das Ganze funktioniert hat. Du startest einfach Minecraft, mit Forge oder ohne Forge ist völlig egal. Hauptsache, du startest Minecraft auf der gleichen Version, wie der Server ist. Das heißt, ich habe mir jetzt einen 1.8-Server erstellt. Starte Minecraft auf 1.8. Wenn du den 1.7-Server erstellt hast, startest du Minecraft natürlich auch auf der entsprechenden 1.7-Version. Und hier gehst du nur ganz schnell mal auf Multiplayer. Und falls du noch nicht hast, fügst du einen neuen Server hinzu. Der Name ist egal. Hauptsache, bei Serveradresse gibst du Localhost ein. So wie ich es hier habe, Localhost, sagst Don und dann siehst du deinen Minecraft-Server, wenn er richtig gestartet ist, siehst du ihn hier, kannst draufklicken und dem Server beitreten und schon stehst du in einer schönen Welt. Super, jetzt haben wir natürlich noch keine Mods installiert und könnten die auch noch nicht nutzen. Das machen wir jetzt einmal. Das heißt, Minecraft wieder zumachen und Server stoppen. Das heißt, hier oder hier in die Konsole einfach Stopp eingeben. Dann stoppt sich das Ganze, Fenster schließt sich, das hier schließt sich, beliebige Taste drücken. Und jetzt musst du natürlich Mods runterladen, die du installieren möchtest. Dafür gibt es diese Seite, Link ist auch noch in meiner Beschreibung, das offizielle Minecraft-Forum oder irgendwo anders, wo du eben Mods herbekommst. Ich denke, das solltest du schon wissen. Vielleicht hast du auch schon selber ein Modpack erstellt, wie ich das hier unten rechts in diesem Tutorial erklärt habe. Und möchtest das jetzt einfach auf den Server packen. Oder, ja, ich mache das jetzt einfach mal mit dem Paintball-Mod für. Kann ja sein, ich bin jetzt auf einer LAN-Party und möchte mit meinen Kumpels im gleichen Zimmer ein bisschen Paintball in Minecraft spielen auf dem selbst eingerichteten Server. Geht natürlich auch, dass du einen Paintball-Server jetzt einrichtest, so einen Mod-Server generell mit vielen Mods und den dann übers Internet laufen lässt oder ganz professionell. Wie gesagt, nur ein Beispiel. Wenn du dir einen schönen Mod ausgewählt hast oder mehrere, wie gesagt, die müssen alle auf der gleichen Version sein. Du kennst, glaube ich, wie man Minecraft-Mods im Singleplayer installiert. Genauso läuft das auch auf dem Server. Eine Einschränkung gibt es bei den Mods allerdings noch. Natürlich kannst du jetzt keinen Shader-Mod oder sowas auf dem Server installieren. Es gibt Mods, die sind nur für den Client. Genauso wie ein Minimap-Mod, wo dann oben rechts ein Minimap angezeigt wird. Das sind alles Mods, die nur für den Client funktionieren. Wenn du die auf dem Server installiert, crasht der Server und alles funktioniert nicht. Deshalb ist es wichtig, natürlich, so ein Animal-Plus-Mod kannst du zum Beispiel installieren, dass du mehr Tiere auf dem Server hast. Aber ein Shader-Mod oder sowas, das funktioniert natürlich nicht, denn das ist nur für Clients. Also für Singleplayer. Oder kannst du auch auf dem Server anwenden, aber das muss man nicht extra auf dem Server installieren, damit es funktioniert. So gesagt. So, wenn du jetzt allerdings einen Mod ausgewählt hast, dann lädst du den für die richtige Version runter. Bei mir wäre das jetzt die 1.8. Wie gesagt, bei Cooltron ist die neue Version 1.7. Und so weiter, je nachdem, was für einen Server du installiert hast. Du sagst hier, Datei möchtest du speichern. Ja. Und dann habe ich jetzt hier den runtergeladen. Das ist ja von Mod zu Mod jetzt unterschiedlich. Hauptsache, du findest von diesem Mod diese JAR-Datei. Und diese JAR-Datei installierst du jetzt einmal in diesen Mods-Ordner vom Server. Das heißt, du siehst, ich bin in diesem Server-Ordner. Hier gibt es jetzt einen Mods-Ordner. Und hier fügst du jetzt diese Mods-Datei von dem Mod, den du installieren möchtest, einfach per Drag & Drop rein ein. Wichtig, das Gleiche machst du jetzt natürlich auch mit deinem Client. Das heißt, jeder, der auf den Server joint, muss die gleichen Mods wie der Server installiert haben. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, jeder, der jetzt auf deinem Server auch spielen will, wo der Paintball-Mod installiert ist, muss auch selber den Paintball-Mod installieren. Das heißt, in seinen Minecraft-Ordner gehen. Falls du nicht weißt, wie du in den Minecraft-Ordner kommst, habe ich das hier nochmal verlinkt. Und hier in deinen Mods-Ordner, ganz wichtig, damit du diesen Mods-Ordner hast, musst du erstmal Forge installieren. Falls du Forge noch nicht installiert hast, was ich nicht von ausgehe, kannst du dir unten rechts noch mein Tutorial zur Forge-Installation angucken. Aber wenn du Forge installiert hast, hast du auch diesen schönen Mods-Ordner. Und hier musst du jetzt genau die gleichen Mods einfügen, die du auf dem Server hast. Du kannst auch mehr Mods in deinem Client haben. Nur alle Mods, die nicht auf dem Server installiert sind, werden dann dort auch nicht funktionieren. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier noch den Animals-Bikes-Mod runterladen oder irgendeinen anderen Mod. Könntet ihr den aber nicht auf dem Server anwenden, sondern nur all die Mods, die ich auch selber installiert habe. Und wenn du einen Mod nicht installiert hast, der aber auf dem Server ist, kannst du den Server nicht joinen. So läuft das so rum. Jo, wenn du das jetzt alles schön gemacht hast, dann starten wir jetzt unseren Minecraft-Server wieder. Wie gesagt, wir haben jetzt den Mod für die richtige Version installiert, bei Client und auf dem Server. Und das heißt, wieder deine Start-Butt oder Start-Command-Datei anklicken und schön starten. Und dann gleichzeitig können wir auch Minecraft starten. Ganz wichtig, wir gucken jetzt auch mal, ob es irgendwelche Fehlermeldungen in der Konsole gibt. Das werde ich ganz am Ende des Videos nochmal zeigen, was passiert, wenn man eine falsche Version installiert. Dann gibt es auf jeden Fall Errormeldungen in dieser Konsole. Das heißt, bevor du irgendwas anderes machst, guck schön deine Konsole an und überprüfe es das Ganze auf irgendwelche Errormeldungen. Hier kannst du einmal durchgehen. Hier sind jetzt nur Infomeldungen. Alles schön und gut. Kein Crash-Report. Es kann, dass es irgendeinen Crash gibt und dann steht da irgendein Name, zum Beispiel jetzt Paintball-Mod, dann weißt du, oh, der Paintball-Mod hat einen Crash verursacht, dann habe ich ihn wohl nicht richtig installiert. Dann sollte ich ihn mal rauspacken oder er ist nicht kompetibel mit anderen Mods und so weiter. Das kann alles ein Problem sein. Wenn allerdings Don am Ende steht, sollte alles super gelaufen sein. So, das heißt, jetzt startest du Minecraft. Darauf achten, dass du jetzt auch mit Forge startest und auch dein richtiges Forge-Profil ausgewählt hast, das auf der Version ist, für die du den Mod installiert hast. In meinem Fall jetzt 1.8. Funktioniert natürlich auch auf allen zukünftigen Versionen 1.9 und so weiter gleich. Ich glaube, das brauche ich hier nicht mehr sagen. Und wenn sie sich hier in Minecraft gestartet haben, mache ich es erstmal ein bisschen größer. Was Minecraft also sagt, ist angesichts des Tutorials ja vielleicht auch nicht so ganz falsch. Kannst du vielleicht zuerst nehmen, wenn ich dir helfen konnte. Aber jetzt gehen wir erstmal auf deinen Server. Und zwar, den hatten wir ja schon hinzugefügt vorher. Kannst du einfach draufklicken. Wie gesagt, Localhost ist die IP bis jetzt. Wir haben ja noch keine weitere festgelegt. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ich bin auf dem Server. Werde mich jetzt erstmal in den OP, das heißt Operator Admin Modus, versetzen, indem ich in der Konsole OP Lücke meinen Namen eingebe. So, jetzt bin ich Operator. Jetzt kannst du dann Game Mode 1 eingeben. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir uns die Sachen aus dem, von dem schönen Paintball Mod holen können. Einmal hier dieses Zeug. Das hat in der jetzigen Version von Paintball Mod übrigens kleinen Grafikfehler. Wenn wir gleich sehen. Ach, Junge, Junge, jetzt leckt es hier aber. So, der Grafikfehler liegt wie gesagt am Mod und nicht irgendwie daran, dass wir es irgendwie falsch auf dem Server installiert haben. Einmal aufmachen. So, schön haben sich die Base erstellt. Du siehst, der Paintball Mod funktioniert. Das heißt, alle Mods, die du auf dem Server installiert hast, sollten jetzt funktionieren. Ich kann mir hier die Waffen holen vom Paintball Mod, hier die Munition und all sowas und auch schön hier rumschießen. So, du siehst, hier habe ich jetzt Paintball Sachen in den Wänden. Super Sache. Das heißt, das Ganze hat schön funktioniert. Aber jetzt noch drei wichtige Sachen hinterher. Und zwar die erste ist, jeder wie gesagt, der auf deinem Server joint, muss jetzt die gleichen Mods wie der Server installiert haben. Das heißt, du kannst ihm sagen, ey, installier den Paintball Mod, den MoCreatures Mod, den Flans Mod, was weiß ich, was du alles auf dem Server hast. Oder du machst ein Modpack für die und stellst das bereit. Wie du das machst, habe ich hier unten rechts gezeigt. Das heißt, du kannst dir angucken, wenn dich das interessiert. Die zweite Sache ist, was machst du, wenn du einen Sponge-Server haben willst? Dann musst du noch sozusagen ein extra Mod einfügen. Wie du das machst, habe ich hier unten rechts dann auch nochmal erklärt in meinem extra Sponge-Video. Die dritte Sache ist, wie du jetzt, wenn du schon einen Server hast, deine Dateien dort drüber beträgst. Dafür machst du einmal den Server aus. Das heißt, gib Stop ein und gehst jetzt zu der Location von deinem Server, den du schon hattest. Zum Beispiel bei mir jetzt hier ein Spigot-Server. Wie übertrage ich jetzt zum Beispiel die Welt und so weiter? Das ist ganz wichtig. Bei einem cooleren Server ist es genauso aufgebaut wie am Bucket- oder Spigot-Server. Bei einem Forge- bzw. Sponge-Server ist das anders aufgebaut als bei einem Bucket- oder Spigot-Server. Nämlich so wie bei einem Vanilla-Server. Ja, das sind jetzt sehr viele Begriffe. Ich zeige dir einfach kurz, wie kannst du jetzt Welten darüber übertragen. Ich habe jetzt hier eine Art Spigot- oder Bucket-Server gehabt. Und hier habe ich einen World-Ordner, einen Nether-Ordner und einen Nether-End-Ordner. Hier bei meinem neuen Forge- bzw. Sponge-Server habe ich einen World-Ordner und nicht mehr Nether und sowas. Das liegt daran, dass ich jetzt hier reingehe und jetzt sind die Nether-Dateien hier drinnen in diesem dm1 und diesem dm2. Das sieht man daran. Hier Village Nether steht jetzt hier zum Beispiel. Oder hier Village End. So, jetzt musst du sozusagen in deinen anderen, dort wo du halt die Welten von deinem Spigot- oder Bucket-Server übertragen willst, gehst du in den World-Ordner und überträgst erstmal alle deine Daten von der normalen Welt. Wichtig, bevor du das machst, würde ich dir raten, einmal deinen ganzen Server zu backupen, das heißt auf den Desktop zu kopieren, damit du nichts irgendwie falsch machen kannst. So, wie gesagt, World-Ordner, alles hier kopieren, Command-C und hier rüben reingehen und Command-V machen. Und ja, du möchtest alle Dateien ersetzen. Wenn du das gemacht hast, hast du die normale Welt schon mal kopiert. Jetzt noch Nether und End, das ist ein bisschen haariger. Dafür gehst du zum Beispiel in diesen Nether-Ordner, den du kopieren möchtest. Und jetzt hast du hier dm1. Du gehst hier drüben auch in dm-1 rein. Und hier hast du jetzt den Data und ein paar andere Ordner. Hier kopierst du dir jetzt in dieses dm1, kopierst du jetzt rein, was bei World-Nether steht, das heißt mein Data hier, sozusagen alles außer dieses andere dm1. Das einmal rüber kopieren, Command-C, Command-V. Ja, du möchtest alle ersetzen. Und dann zusätzlich gehst du noch in diesen dm1-Ordner hier rein und kopierst dein Region auch noch hier rüber. Auch kopieren und auch hier rüber kopieren. Sodass das hier von deinem neuen Server in dem minus dm1-Ordner ist. Das gleiche gilt, wie du das End kopierst. Und wenn du das aus deinem Minecraft-Ordner kopieren willst, dann funktioniert das Ganze einfach, indem du in den Saves-Ordner gehst. Hier hast du eine Welt oder alle deine Welten, die du in Minecraft erstellt hast. Dort gehst du rein und hier kopierst du jetzt einfach alle .teilen in deinen Forge- bzw. Sponge-Server, in diesen Welt-Dings hier und kopierst die per Drag & Drop einfach rüber. Da sind nämlich die Nether- und Enddateien schon richtig programmiert und eingestellt. So, so also wie du halt deine Welten überträgst auf den Server, wenn du andere Einstellungen vom Server ertragen willst, z.B. deine Server-Properties oder deine Ops-Datei oder deine Bands-Datei und so weiter, kannst du einfach das Ganze hier kopieren. Z.B. möchte jetzt die Ops, meine Band-IPs, Band-Players, die Server-Properties und meine Whitelist, das sind eigentlich alle wichtigen Sachen, übertragen neben den Welten. Dann kopiere das, gehe hier vorne in diesen Server, kriege hier Einfügen, sage Ja, ich möchte alle ersetzen und jetzt habe ich alle meine Dateien von diesen alten Servern dort auch drin. Super Sache. Das war es jetzt eigentlich schon. Wichtig, jetzt haben wir noch gar nicht behandelt, wie jetzt andere Leute auf deinen Server joinen können. Das heißt, wenn du nicht mit dem an einem Computer oder in einem Raum über einen WLAN surfst, sondern dein Freund irgendwo anders wohnt oder von der ganzen Welt sogar Leute darauf Zugriff haben sollen. Dann gibt es zwei Wege, die du jetzt machen musst, nämlich Part 2, das ist für alle Server gleich, egal ob Bucket-Server oder Vanilla-Server oder jetzt eben gemoddeter Server. Und zwar entweder der professionelle Weg, dass du Ports freigibst bei dir bei deinem WLAN-Router, habe ich hier unten rechts verlinkt. Das wäre der professionelle Part 2. Dann kann nachher jeder über eine IP 12345.345 oder sowas auf seinen Server joinen, beziehungsweise sogar über eine IP wie himgigames.noirp.de kann er auch über diese IP joinen. Das erkläre ich dir unten rechts. Das ist aber allerdings ein bisschen schwieriger und kann wirklich ein bisschen Tüffelarbeit sein, da das von Router zu Router unterschiedlich ist. Falls es bei dir nicht klappen sollte oder du sowieso nur mit deinen Freunden und nicht mit dem ganzen Internet spielen möchtest, ist besser, wenn du das Ganze über Hamachi machst oder Hamachi oder ein lokales Netzwerk. Das habe ich hier unten links verlinkt. Da brauchst du bei deinem Router keine Ports freigeben und all sowas, sondern das läuft über ein virtuelles Netzwerk. Dann schaust du dir diesen Part 2 ja ein. Mein Tipp für dich, probiere erst diesen Part 2 und wenn das bei dir nicht funktioniert, weil irgendwie mit deinem Router das komisch ist, du kriegst das partout nicht eingerichtet, kannst du immer noch auf den Weg über Hamachi zurückgreifen, um andere Leute auf deinen Server joinen zu lassen. Und danach zeige ich auch noch, welche Ingame-Commands es beim Server gibt und so weiter und so fort. Jo, damit sind wir schon, in Anführungszeichen, am Ende vom Video. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial behilflich sein. Du konntest Mods auf dem Server installieren. Bei Problemen gibt es, wie bei all meinen Videos, immer noch unter FAQ-Probleme in der Beschreibung bis in Hilfe. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn du wieder was in Minecraft oder irgendwo anders lernen willst. Denn du weißt ja, auch wenn du einen Server hast, auf meinem Kanal gibt es tausende Tutorials zu Servern, wie du einen Text-Repack erstellst und so weiter und so fort. Da ist eigentlich für jeden was dabei, der mal ein bisschen kreativ werden möchte. Also, wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dahin viel Spaß mit dem Mods und ciao!